Die Alte kommt. Ein Harfenspieler begegnete einst auf der Wanderung dem Teufel. Der Teufel fragte ihn, wohin des Weges? Ich weiß es selbst nicht, war die Antwort. Man hat mich fortgejagt, weil meine Finger steif seien. Ei Bruder, wollen wir zusammen wandern? Wir haben das gleiche Schicksal. Mich haben die anderen Teufel auch fortgejagt. Sie gingen und gingen, da begegneten sie den Bären. Der Bär fragte, wohin zieht ihr beiden denn? Wir wissen es selbst nicht, man hat uns fortgejagt. Ei Brüder, wollen wir zusammen wandern? Wir haben das gleiche Schicksal. Mich haben die anderen Bären auch fortgejagt. Sie gingen und gingen. Dann beschlossen sie, sich ein Haus zu bauen. Gut. Sie bauten sich ein Haus aus und brauten Bier. Ein volles Fass. Plötzlich aber bemerkten sie, dass das Bier im Fass immer weniger wurde. Was nun? Sie machten miteinander aus, das Fass zu bewachen. Der Bär übernahm die erste Wache, indem er sich neben dem Fass hinhockte. Ja, es verstrich nur eine kurze Zeit, da sah er eine alte Frau mit einem breiten Beil herankommen. Nun brach der Bär einen Baum ab und schleuderte ihn auf die Alte. Aber zum Unglück trafen sie nur die Zweige. Die Alte schüttelte sich ein wenig und fiel dann mit ihrem breiten Beil den Bären in den Rücken. Sie setzte ihm furchtbar zu. Nur mit großer Mühe konnte sich der Arme in die Stube flüchten. In der nächsten Nacht ging der Teufel auf Wache. Wieder erschien die Alte. Der Teufel warf ihr wohl auf gut Glück Steine ins Gesicht. Aber die Alte ging dem Teufel mit ihrem Beil zu Leibe. Furchtbar setzte sie ihm zu. Nur mit großer Mühe entkam er in die Stube. In der dritten Nacht ging der Hafenspieler das Fass bewachen. Er setzte sich neben das Fass und spielte auf seine Harfe, was das Zeug hielt. Die Alte kam, schlich sich ganz nahe heran und lauschte mit beiden Ohren. Er aber spielte immer weiter. Allmählich geriet die Alte über das Spiel in so großes Entzücken, dass ihr das breite Beil aus der Hand glitt. Eilends griff der Hafenspieler nach dem Beil, zerhackte die Alte, schob sie unter die Schwelle und legte sich schlafen. Als er sich am anderen Morgen wieder erhob, sah er, dass das Blut der Alten wie ein Bach dahin strömte. Der Hafenspieler wartete durch den Bach und gelangte zu einem Haus, vor dem ein junges Mädchen in großer Trübnis saß. Das Mädchen sprach, weshalb wartest du hier, hier wurde ein großer Räuber. Wenn du jedoch diese Kugel und dieses Schwert heben könntest, würdest du den Räuber überwältigen. Der Hafenspieler hob und hob, konnte sie aber nicht aufheben. Das macht nichts, beruhigte ihn das Mädchen. Hier hinter der Hausecke ist ein Stärketrunk, den nimm zu dir. Der Hafenspieler trank und jetzt konnte er die Kugel wie ein Spielzeug aufheben und das Schwert wog in seinen Händen, nicht schwerer als ein Kien sparen. Sogleich hob er die Kugel und schleuderte sie gegen die Haustür. Die Tür zerbrach. Dann ergriff er das Schwert. Er schlug damit den Räuber und führte das Mädchen zum Teufel und zum Bären zurück. Am nächsten Tag feierten sie Hochzeit. Bei der Hochzeit aber erlaubte sich der Hafenspieler mit dem Teufel und den Bären einen Spaß. Er schaute zum Fenster hinaus und rief. Oh, die Alte kommt! Der Teufel und der Bär dachten, verdammte Alte, jetzt kommt sie wieder uns umzubringen. Und so machten sie sich aus dem Staube. Jetzt lebte der Hafenspieler mit seiner jungen Frau allein im Haus.